Ich weiß nicht, ich habe nur einen Xul Carry gesehen. Ich weiß ja nicht, was ihr gesehen habt. Ja, aber dann zog sich dein Kommentar. Ich dachte mir, ich habe mir erstmal die Patchnutzer mal durchgelesen. Ja, ich wollte doch ein bisschen mit Absicht zwischen den Zeilen schreiben. Ja, aber einen Tag zu spät. Ja, stimmt. Joana. Wow, wir haben eine Tyrande gekriegt. Krass, aber. Wollen wir gleich nochmal das Arthas Tyrande Rega Team spielen? Und Kai statt Jaina macht Ming oder so? Was war nochmal mein Job in der Runde? Den Kalli. Ah, okay. Sonst hätte ich gesagt, dann lass mich doch lieber Ming machen, aber dann ist okay. Dann lassen wir es so. Können wir machen von mir aus. Was genau machen wir? Ich habe die 5 in den Kuh bekommen. Guck mal, wir sind die Dinosaurier Gang. 3, 2, 1 Mal. Wir machen das Arthas Tyrande Rega Ding nochmal. Wow. Das ist Geku. Ja, das ist Geku. Oha, unten ist Gaslob mit einer ganzen anderen Bande. Ich bin schon wieder raus. You were dropped? What? Exit to desktop? Hatte ich doch letztens auch. Ich habe keinen Connection Problem. Du wolltest bestimmt repartieren. Ja, ja. Ich will trotzdem den Spiel verlassen. Was hast du da gemacht? Ich habe Desktop gemacht und habe mich so schnell wie möglich wieder eingeloggt und dann war es gut. Dann gehe ich mal runter zu dem Gaslo-Bot. Hallo, hier oben spielt die Musik. Hier oben spielt gerade gar nichts mehr. Pling! Feetet ihr? Ja, die Musik. Pling, Pling! Pling, Pling, Pling! Ich höre unsere... Pling, Pling, Pling! Ich setze mal zurück. Ja. Damage! Damage! Pling, 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 Pling! Hat der Gas-Robot schon wieder? Noch nicht, weil ich ihn gepinkt habe. Aber der ist auch nicht sehr hilfreich gerade. Ja. Ja. Komm. Ich bin wieder da glaube ich. Das ist also Sekunde ahead. Ja. Ja. Also ich muss mal mehr Chaos. Ja, wir müssen jetzt vor allem mal Deffen oder Damage machen, ey. Mach Damage. Ah, zu spät. Es ist zu leét. Alle AFK. Alle zurückgeportet. GG. Hatte kein Live. Absolut die letzte Winn-Einstellung. Ah. Oh. Oh ziemlich verskillt. Ich hab aufs Bild geguckt und das Talent, was ich eigentlich fliegen wollte, sieht ganz ähnlich aus. Das war afkarblombs, ey. Tyrande möchte ich schon reporten, für die Aktion. Ja, genau so. Das war's für heute. Ich krieg hier unten übrigens voll auf die Mappe, dachte ich, ich sag's mal. Ich hab noch ein bisschen gewartet mit dem Tappen. Ja, da wollte ich auch einen Tappen. Das läuft ja richtig gut heute. Hashtag Tyler. Wasted Hard Camp. Ich. Ja, genau. Der Gaslo freut sich da oben. Wieso der Gaslo? Ich bin immer so Brainer. Der Falstad hatte unten schon gedefft. Ja. Was hast du gesagt mit Brainer FK? In der Schnellsuche bin ich immer Brainer FK. Wie das immer als Ausrede genommen wird von dem Megason auch ständig. Nein, das ist wirklich so. Man strengt sich überhaupt nicht ab. Ja, das ist bei mir auch so. So spielt man dann noch Helden, die einem gar nicht betreuen. Also mir gefällt er auf jeden Fall nicht. Warum spielst du denn dann? Ja. Soll ich mit Level 10 Helden spielen? Ja, geht mal auf Bushido bitte. Oh Gott. Ja, tschüss. Pickel oder Schnell. Entschuldigung. Oh Mali, du rettest sie immer mit deinem Schieben Nein? Wo sind sie denn Rettetrop? Ja Okay Weil das nicht so aus sah, als würde einer von euch da drauf gehen Ja, dann ist ja gut Sieht übrigens gerade so aus, als gehe ich drauf Ja Das war ein Schiebchen Hm, viel Spaß beim Camp noch mal Leute Ja 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 Das war's für heute. Oh Gott. Ja gut, dass die Gegner genauso schlecht sind. Das heißt hier genauso schlecht. Ja, äh, äh... Die Tyrande hat sich erinnert zu tappen. Boah, wie schnell die sind mit dem Ding. Ja, von uns war ja auch keiner da. Ich war da. Ich war auch da übrigens. Oha. 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 Ja. Ja. Oha. Ja. 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 Oh man, oh man, oh man. Wo ist denn so ein Tankkiller, hm? Junge, eins gegen drei hier oder was? Ja, da war die Mama doch auch gleich auf. Mhm. Oh, da hat der Doppelsturm geskillt. Ah, richtige Profis am Werk. Ja. Ah, tschüss. Oha. Oha. Oh nein, mitgenommen. Oh, komm mal zurück. Oha. 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 Das war's für heute. Oh, fuck, fuck, fuck Nee, ich bin nicht dabei, ne? Oh, Gott, ich bin tot, oh, man Pfff Uuuuuhh. Oh, letzter Mann. Ehrlich gesagt, bin ich immer ganz froh, wenn ich platze. Ich war so in aller Bank. Macht echt so wenig Spaß, dass er keine Lust hat hier zu spielen. Was? Ne, ich mag das irgendwie gar nicht. Nicht mein Fall. Ja, er ist aber meistens mit neuen Helden. Weil man am Anfang noch nicht gut ist und noch nicht weiß, wie man den spielen muss. Ne, das ist einfach nicht normal. Fuck, super. Alle Ultis von uns raus. Alle Wasted. Oh, oh. Oh. Ah, das ist so gut. Aber die Charge-Aktion war gar nicht so übel Übertreibt doch nicht. Letzten Winn Wir kommen zurück, wir kommen zurück. Habt ihr noch Wohnen? Drei sind tot, grüner wirds nicht mehr Was ist das? Was ist das? Was ist das? Mali, Vorsicht! Ah, wir sind eh nur zu dritt hier. Meine Welt, wo bist du? Genau! Take it slow! Komm zurück! Ich werde zurückkehren und dem Hämonentfluss entgegentreten. Das schwöre ich. Ihr besitzt innere Stärke. Macht sie euch zu Nutze. Ich werde zurückkehren. Kommt da unten mal zurück. Unsere Zitadelle wird angegriffen. Ich werde zurückkehren. Ich werde zurückkehren. Ich werde das Reich von eurer Verderbnis erlösen. Okay, das war eine gute Situation von denen. Die machen eine Million mehr Schaden. Ja, lass ich sie jetzt kämpfen. Die machen das. Ich werde zurückkehren. Ich werde zurückkehren. Die machen das nicht. Niemand, ne? Nein. Der Falster direkt uns die ganze Zeit. Ja, der auch, ne? Warum gehen die nicht auf den Power? Die Lose. Und weil die nur zu zweit sind. Naja, 2 gegen 0 hätte trotzdem gereiht. Ja, ich weiß nicht. Ob Joanna und Gul'dan das so schnell geschafft hätten. Ich meine, so haben wir da sogar noch ne Chance zu bekommen. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Alter Schwede. Auf der kleinen Schlägerei war ich schon wieder fast tot. Boah. Boah. Ja. Na, Tyrande ist auch gemutet. Deshalb hat die Idee nicht geantwortet. Ach, deshalb. Okay. Boah. Jawoll. Das wird schwer. Ja, das wird schwer. Jawoll. Ja, das wird schwer. Ich bin nur in die Tauer gelaufen. Nee, also Alarak ist nix für mich. Amen.